Rapper Post Malone beeindruckt bei seinen Fans mit großartigem Abnehmerfolg. In nur wenigen Monaten schaffte es der Rapper, satte 25 Kilogramm abzuspecken. In seiner neuen Haut kann sich der 28-Jährige wirklich sehen lassen. Auf einem Konzert im Jahr 2021 sah Post Malone noch ein bisschen fülliger aus. In nur wenigen Monaten schaffte er es, sich von rund 109 bis auf nur noch 84 Kilogramm abzuspecken. Sein plötzlicher Gewichtsverlust führte bei seinen Fans jedoch zuerst zu besorgniserregenden Gerüchten. Nimmt der Sänger womöglich aufgrund von Drogen oder Alkohol immer weiter ab? Diese Gerüchte konnte Post Malone vor drei Wochen allerdings in einem Podcast mit Comedian Joe Rogan zum Glück aus der Welt schaffen. Denn der Sänger achtet bereits seit längerer Zeit auf eine gesündere Ernährung und verzichtet vor allem auf süße und kalorienhaltige Getränke. Jedoch nimmt der 28-Jährige seinen neuen Ernährungsplan nicht komplett genau. Und so kommt es trotzdem vor, dass sich der Sänger nach einer erfolgreichen Show mit einem Eis oder einer Cola belohnt. Durch seinen Abnehmerfolg schöpft Post Malone neues Selbstbewusstsein und zeigt sich seinen Fans auf Instagram mit seiner neu erlangten schlanken Figur. Und so kommt es trotzdem vor, dass sich der Sänger nach oben befindet. Und so kommt es trotzdem vor, dass sich der Sänger nach oben befindet.